So, sprich mit Micky, du hast Post. Kann ich nicht einfach die Post nachgucken? Erstmal Hallöchen auf YouTube, ich grüße euch. Ich hoffe, euch geht es gut und ihr hattet einen schönen Tag. Oder je nachdem, wann ihr die Folge guckt, einen guten Start in den Tag. Etwas Leckeres. Oh, Kittmar, ich wollte ein besonderes Rezept mit dir teilen. Das graue Zeug. Ja, das kennen wir doch schon. Es ist eine der Spezialitäten der Küche im Schloss des Biest. Und ich weiß, dass du es genauso lecker und sauer finden wirst wie ich. Ich habe alle Zutaten gesammelt, damit du es selbst zubereiten kannst. Natürlich kannst du sie für alles verwenden, was du willst. Ich weiß, dass du eine wunderbare Fantasie hast. Eine Kakaobohne, Eier und Zuckerrohr. Alles klar. Danke, Bell. Dann haben wir für dich... Kittmar, ich, als ich mit Bell durch das Tal ging, meinte sie, wie schön es wäre, ein Gemüsebeet mit einem Spalier oder sogar zwei zu haben. Ich habe das Material gefunden, mit dem du so etwas herstellen kannst. Wenn du willst, natürlich kannst du damit machen, was du willst. Zehn Holz, drei Erde, eine Blume und fünf Karottensamen. Das ist ja nett, dass die mir hier momentan alle irgendwas zuschicken. Eine interessante Entdeckung. Kittmar, ich habe das hier beim Tauchen vor dem schönen Strand gefunden. Ich habe schon einige in meiner Sammlung. Vielleicht kannst du sie benutzen, um den Strand mit einem schönen Wimpel zu schmücken. Oder was auch immer du magst. Fünf Hartholz, fünf Fäden und zwei Stoff. Oh Gott, ein Tag im Disneyland. Sternfahrt hat begonnen. Nein, nicht schon wieder ein Sternfahrt. Seid gegrüßt, Talbewohner. Das Event des Sternfahrts, ein Tag im Disneyland, findet dann vom 1. Mai bis zum 12. Juni statt. Zu den Belohnungen gehört neue Motive, Kleidung, Möbel, Tierbegleiter und speziell neues Aussehen für neue Dorfbewohner. Macht die Idee, den streichen Süßigkeiten teilgefasst. Oh mein Gott. Ja, mit Micky sprechen wir. Oh, es gibt noch ein Magic Kingdom Circus für Mini. Ich blöde mich mal ganz kurz aus, damit ihr das sehen könnt. Da, so sieht das aus. Mini kriegt also ein neues Kostüm. Sieht ganz cool aus, finde ich. 247 Stream Confirmed, alles zu schaffen. Ah, nee, brauchen wir nicht. Alles gut. Gut, erstmal für zweieinhalb Tausend schalte ich mir natürliche Premium wieder frei. So. Oh, da war ein Abu-Rucksack. Entwurzle einige stachelige Nachbarn. Nach Fisch-Ausschau halten. Okay. Er streiche einige Pflicht mit einer herrschaftlichen Liste. Verbringe etwas Zeit mit Mickey Mouse oder seinen Freunden. Überrasche einen drauf und wundern mit etwas, das er liebt. Bereite etwas in deiner Küche zu. Ja, sehr geil. Sehr geil. Okay. Ich meine, es ist ja eigentlich wirklich etwas Schönes. Aber, naja. So, ganz wichtig jetzt erstmal. Bindel. Hey, hey. Hey, hey und hey, hey. Schaut. Oh, mein Gott. Es gibt hey, hey. Einfach wirklich. Ah, ist das geil. Ja, tut mir leid. Das muss leider sein für 3000, ne. Da kriegen wir halt sowohl den Begleiter. Hey, wir können hey, hey als Begleiter mitnehmen sogar. Und hey, 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 heys Haus. Kann ich auch nur hey, hey nehmen? Nö, es gibt nur das gesamte Bündel. Weiße halten alle Gegenstände. Ja, okay. Wir haben hey, hey. Ja, das, na. Da würde ich mal sagen. Wir stellen hey, hey, heys Haus einfach mal hier hin. Da muss ich leider noch mal ein kleines bisschen hier Sachen zur Seite räumen. Die Kisten müssen hier nicht unbedingt stehen. Ich überlege gerade mir das Spiel jetzt zu kaufen. Das ist für echt Geld zu holen, nur um es zu besitzen. Ich weiß nicht, was 3000 Mondsteine umgerechnet kostet. Also, ja, überleg dir das auf jeden Fall. Ob das so eine kluge Entscheidung ist. Wo war denn jetzt, ähm... Kommt da alles gerade. Hey, heys Haus. So. Da wohnt er. Interagieren. Ich meine, wir können hier auch bis zu vier Begleiter generell reinsetzen. Und da würde ich sagen, ähm... Ist das egal wen? Ich muss ein Pua rein. Hier unser... Opsi. Achso, eine ganz wichtige Sache natürlich erstmal. Wir ziehen uns auch gleich noch um. Hey, hey. Oh mein Gott, da ist er. Oh, wir haben Hey, hey. Kann ich ihn streicheln? Ja, das geht. Ja, oh mein Gott. Wir dahingehend einfach ein absolutes Konsumopfer. So, also Schildkröte kann hier rein. Und, ähm... Was sehen wir denn noch? Hier kommen unser Schatten-Eichhörnchen. Können die hier ein bisschen rumverwenzeln. So, und wir mussten ja auch noch... Hallo, gehst du da bitte rein? Nochmal etwas Neues anziehen. Komisch aus. Wir haben ja noch etwas freigeschaltet beim letzten Mal. Gardeo Rube. Ein Kostüm. So, leuchtender Anzug der Sonnentropfenblume. Oh, mon amour. Hm, ich sehe aus wie so... Ich finde, ich sehe irgendwie so ein bisschen aus wie so ein Spanier oder sowas. Okay. So, das tun wir mal weg. Wobei, ich finde, so eine Uhr ist eigentlich schon nicht verkehrt dazu. Weil wir die Ärmel schon so hochgekrempelt haben. Aber irgendwas Klassisches will ich da ganz gern zu haben. Sowas hier zum Beispiel. So. Zumindest haben wir mal endlich das Oberteil vernünftig in die Buchse gesteckt, so wie sich das gehört. Hallo? Warum muss ich denn immer momentan manuell klicken? Normalerweise können wir auch so rausgehen. So, hey, hey. Komm mit. Komm mit. Ich glaube, der hat das nicht ganz gecheckt. Hey, hey. Ja, er kommt mit. Oh, wie er läuft. So, hey, hey. Achtet mal drauf. Hey, hey. Hey, hey. Weißt du, wie... Einfach wie so... Der hat da im ganzen Film von Vajana. Okay. Der hat das Dorf, um das Vergessen zu untersuchen. Der sagt, es sei wichtiger, als alles andere, der Sache auf die Kante zu gehen. Und dass sie mit der größten Nachricht, die das Tal je gesehen hat, zurückkommen würde. Und was steht denn im Brief? Ähm, ist sie in Gefahr? Nein, nichts dergleichen. In ihrem Brief stand, dass sie bei ihrem Abenteuer etwas über das Vergessen herausgefunden hat und nun bereit ist, das Tal zurückzukehren. Sie hat uns geschrieben und gefragt, ob wir dafür sorgen können, dass ihr Haus in einem guten Zustand ist. Ich kann es ihr nicht verdenken. Sie hat einen langen Campingausflug hinter sich. Warum wurde sie nicht einfach bei Donald, Mann? Ich baue Daisys Haus sofort auf. Toll, danke, Kid Mom. Sag mir Bescheid, mir Hilfe brauchst du dieses Haus fertigzustellen. Oh, Quatsch. Sieht ein bisschen aus wie so eine, ähm, äh, sag schon, wie so eine Bäckerei irgendwie. Okay, pass auf. Äh, dann räume ich gerade noch nicht auf, weil ich möchte erstmal hier verbringen, etwas Zeit mit Mickey Maus oder seinen Freunden. Das möchte ich gerne erstmal abschließen. Und ja, liebe Freunde auf, auf, äh, YouTube. Ihr werdet mich vielleicht hassen dafür, dass wir wieder, jetzt wieder ein Augenmerk auf Sternenfahrt legen, aber wir schauen einfach mal. Zumindest haben wir jetzt ein bisschen was zu tun. Ich hatte auch so ein bisschen Sorge, dass wenn wir nur noch die Charaktere leveln, dass wir halt nichts anderes machen, als noch Kübisse ernten und so ein Kram. Ähm, überrasche ein Dorf, wo er mit etwas, dass er liebt. Dann würdest du einige stachlige Nachbarn nach frischen Ausschau halten. Ja, okay. Also wir bauen Daisys Haus natürlich später auf, das ist ja klar. So. Aber wir können, okay, er betritt einfach nicht mehr von sich aus, das, äh, das Gebäude. Wir können mal ein paar Sachen kochen. Wir können nämlich mal wieder ein paar Heringe nach Arendelle Art machen. Da hatten wir nämlich nicht mehr ganz so viele. Gli, 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 gli. Gli, 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 gli. Diese Musik einfach. So, das müsste der letzte sein. Jawohl. So, erste Sache schon mal fertig. Komme mit deiner Spitzhacke ins Schwitzen. Fischen, Spitzhacke. Überrasche doch, womit wir das lieben. Was möchte unser Gaston nun heute haben? Wo können wir ihm das schon mal geben? Ähm. Charaktere. Ach da, Oswald. Stimmt, den gibt es nämlich auch. Er heißt wirklich Oswald. Und er kommt aus dem Film Oswald. Kenne ich, wie gesagt, nicht. Also, keine Ahnung, was es mit dem auf sich hat. Jade, cremige Knoblauch-Jakobsmuscheln und gelbe Kannenpflanze. Dort wird, glaube ich, alles hinkriegen. Ein Jade. So, warte mal. Ich lege mein S jetzt zurück hier ab. Das meine ich wirklich aus den 20ern. Er sieht halt so aus, ne? Also, ich finde, das sieht halt extrem nach 20er Jahre aus. Holz und Erde. Und dann Jade und eine grüne Kannenpflanze war das, glaube ich. Ähm. Okay, ganz offensichtlich keine grüne Kannenpflanze, weil die gibt es nicht. Es war eine gelbe Kannenpflanze. Wollte jetzt nicht einfach die gelbe rausnehmen und dann war es am Ende noch hier was anderes. So. Und cremige Knoblauch-Jakobsmuscheln. Da müssen wir mal schauen, ob wir das Rezept haben. Man kann nur der Dings scheinbar durch die Türen sehen. Das ist, glaube ich, auch vorher noch nicht so gewesen. Cremige Knoblauch-Jakobsmuscheln. Warte mal. Das klingt eigentlich mehr nach einem Rezept, was wir hier haben. Bin. Bin nicht. Äh, ja. Und das haben wir auch schon. Geil. Und was möchtest du noch haben, Micky? Vielleicht kann ich dir nochmal eben eine Sache geben. Ähm. Cracker, Weizen, rotleuchtende Blumen. Ja, komm, wir sind gerade in der Küche. Dann machen wir nochmal eben ein paar Cracker für ihn. Ähm. Vor allem weiß er, Cracker werden einfach nur aus Weizen hergestellt. Und er möchte auch Weizen haben. Also im Prinzip möchte er Cracker in zwei verschiedenen Varianten haben. Einmal als Rohmaterial, einmal als fertiges. So. So. Bitteschön. Von 1927 ist er laut Google-Recherche. Ah, okay. Boah, ich war echt gut mit den 20er Jahren, ne? Einfach anhand des Art-Styles schon erkannt. Ist das nicht eigentlich sogar, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist das nicht sogar der alte, der alte Mickey-Maus? Sollte Mickey-Maus nicht früher wirklich, äh, auch Oswald heißen? Und dann haben sie irgendwann doch Mickey-Maus gemacht? Ach nee, warte, das können wir ja noch nicht machen. Hey, hey. Ach, der ist einfach so toll. Du musst das nachher mit Gaston machen, für Erfahrungspunkte. So, ich hab was für dich. Einen Jaden. Ich hab mir jetzt mal eine goldene Milch bestellt. Okay, was soll, was ist das? Ich hab mir was für dich. Äh, cremige Knoblauch-Jakobsmuscheln. Du Knoblauch. Und, äh, eine gelbe Kannenpflanze. Kann sein, man hat das auch gehört zu haben. So, dann haben wir das. Bereite ein paar leckere Teller im Schirimi zu. Wir sollen also wieder eine Schicht fahren. Das ist okay. Das machen wir auch direkt mal. Ich bin ganz viel in Gewürz und Kurkuma. Okay. Klingt interessant. Aber auch ein bisschen merkwürdig. So, holy shit. Alter, was ist hier los? So, süßes Sorbet-Getränk. Ich mach mal tischweise. Süßes Sorbet-Getränk. Das klingt nach einem Nachtisch. Haben wir das denn schon? Süßes Sorbet-Getränk. Süßes Sorbet-Getränk. Jawohl. So, Herr Sully. Schön, dich zu sehen. Ich hab da eine Bestellung. Ein süßes Sorbet-Getränk. So, dann, äh, wen haben wir hier noch? Nudeln und Meeresfrüchte-Salat. Okay. Nudeln und Meeresfrüchte-Salat. Meeresfrüchte-Salat. Und Nudeln. Ich hab da ja selber schon so ein bisschen bei Hunger, ne? Ich bin so froh, dass du gekommen bist. So, ich hab was für... Ne, nicht das. Ich hab da eine Bestellung da oben was. Meeresfrüchte-Salat. Na, wie geht's? Und der Typ, der mit seinem Kopf im Tisch sitzt. Nudeln. So, ich weiß gar nicht, wer hier am längsten sitzt noch. Bubble-Tea und Schokoladeneis. Das ist alles am frühen Morgen, ne? Mann, Mann, Mann. So, ein Bubble-Tea. Und Schokoladeneis. Ob es wohl... Es gibt, also... Gibt bestimmt Menschen, ähm, die das machen. Aber ich wollte grad fragen, welche Menschen starten denn bitte mit Eis in den Tag? So, äh, dann eine Bestellung. Einmal Bubble-Tea. Ich danke dir, Liebes. Hallo? Und, lieber Erik, für dich ein Schokoladeneis. Bitteschön. So, Belle und... Gut, die Bubble-Tea mit Kokosnuss. Ich mach mal den. Belle hat leider das Nachsehen gerade. Ich brauch hier nur sechs. Bubble-Tea mit Kokosnuss. So. Auch für dich habe ich deine Bestellung. Bubble-Tea mit Kokosnuss. Damit haben wir das erledigt. Sammle ein paar Nachtscherben. Nicht das ganzes Problem. Verbringe etwas Zeit mit seinen Freunden. Ich sage hier einige Pflichten für eine herrschaftliche Liste. Okay, wir müssen A drücken. Das ist wieder so cool einfach. Das ist ja geil. Okay, was, äh, ja. Questmäßig haben wir ja eigentlich nicht wirklich viel. Platziere Daisys Haus im Tal. Wir könnten Daisy theoretisch schon mal ranholen, damit wir ihr Geschenke geben können. Dann können wir sie quasi auch schon mal so ein kleines bisschen leveln. Okay, pass auf. Ähm, vor allem, ich gehe auch mal erstmal bei Dagobert einkaufen, Freunde. Das können wir nämlich auch schon mal machen. Dann haben wir das für heute auch schon mal erledigt. Und dann müssen wir uns mal überlegen, wo platzieren wir denn überhaupt Daisys Haus? Weil Donald kann sie ja nicht wohnen, weil Donald am Strand wohnt. Und der Strand ist vorbehaltlich für die Charaktere, die auf dem Wasser wohnen. Weil der sowieso schon gut gefüllt ist. Oh nein, Löcher. Machen wir ehrlich gesagt nicht wirklich Sorgen, dass wir keine Nachtscherben finden werden. Dafür sind die Löcher einfach viel zu omnipräsent. Ja, komm, ich nimm's mit. Wir haben ja wieder ein bisschen Geld. Sternkommando-Rolli. Der Pulli sieht cool aus. Den würde ich tatsächlich privat auch tragen. Also im Winter, natürlich. Oh, ein cooler Schal. Blauer Blumenschal. Und ein paar orange kniehohe Stiefel. Kann man ja auch mal mitnehmen. So, das Outfit. Nee, seh ich irgendwie nicht so. So, cooles Bücherregal. Scalincons Bücherregal. Nice. Und, uh, ein T-Wagen. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. Die, äh, die Kanne und das Tässchen. Altmonische Wählscheibentelefon. Oswald's Lucky Rabbit. Okay, er ist ein Hase. Ich dachte, es wäre eine Maus. Tassilo ist die Tasse. Ah, okay. Das haben wir alle schon. Das noch nicht. Oberer Schlang. So, dann hier. Ein Bett. Geschnitztes Holzbett. Cool, cool. Und Apothekenregal. Das mag ich auch. Polierter Kronleuchter. Ist auch wieder von Oswald's Lucky Rabbit. Ja, und dann nehmen wir hier nochmal. Heller, Ziegel, Holz, Scheuenboden. Oh, die haben wir. Ich auch nochmal mit. Und. Auch wenn ich manchmal an sich bin, ich habe die Sachen schon mal geholt. Naja. Und die kann in Madame Potin. Die muss ich gerade mal eben googeln. Ich finde, das hat so ein bisschen was von Pokémon wieder. Tassilo wird zu Potin. Oh, ja. Neue Möbel freigeschaltet. Danke, danke. Na komm, ich nehme ein bisschen zurück. Das wird schon jetzt nicht kriegsentscheidend sein. Habe ich das noch richtig gesehen? Wir müssen die Blumen hier mal eben gießen. Ein bisschen vertrocknet. Äh, wir sind fast fertig mit Micky. Das ist gut. Und dann können wir uns anschließend wieder Gastron-Rhythmen. Musterburger. Okay. Lass mal kurz gucken, wo bauen wir denn Daisys Haus hin? Ähm, auf der Lichtung? Sonnige Ebene. Vergessenes Land. Wo würdet ihr Daisys Haus denn am liebsten hinbauen wollen? Ich frage mal den Chat. Ich bin so ein bisschen unentschlossen. Tessa, ich frage dich etwas, wobei du dich entscheiden musst. Ja, es sind ja alle gefragt. Aber Puh, ähm, haben wir ja noch nicht. Vielleicht kriegen wir den ja nochmal irgendwann. Wir reden ja jetzt von Daisys. Irgendwie so vom Gefühl her würde ich die Lichtung sagen. Einfach so als Nachbar von, ähm, von Sully und Mike. So, hier können wir einfach den Weg verlängern. Wir müssen allerdings hier nochmal kurz das Terrain sauber machen. So, ich glaube, das sollte reichen. Oh, toll. Hat sie ja auch direkt wundervolle Nachbarn. So, ich gehe mal kurz. So, ich gehe mal weg. So. Warte mal Ich werde den Zaun erstmal hier ein bisschen verlängern Den Eingang Baue ich mal hier hin Attraktion Okay, es gibt einen neuen Filter, interessant Wo war denn jetzt Einzäunung hier Wie weit ist der immer? Eins, zwei, drei, vier Ist der immer breit Eins, zwei, drei, vier Ist das jetzt, ist das richtig? Eins, zwei, drei, vier Ja Ja, passt Gut, wir müssen mal gucken, ob wir ihn breiter ziehen noch Wir brauchen wieder einen neuen Weg Ja, wer ist das denn jetzt? Ähm Mach ich mal eben kurz mal gucken Einmal neuen Weg herstellen Jeder hier hat einen Traum Hallo Rapunzel So, Zäune und Wege Main Street Weg Oh, der ist aber auch neu, ne? Cool So, wir brauchen aber den schlammigen Pfad mit Einfassung Gibt's hier schon richtig coole Wege, ne? Aber die kosten alle so wahnsinnig viel Geld Oder Ressourcen besser gesagt Nicht Geld So, ich mach mal wieder 200 Stück Ähm Kann ich mal abschließen Da muss ich hier rein Schwupps Dann ist das fertig Daisys Haus Ich stell's mal Ich stell's mal so hin Problem ist nur, dann muss ich den Mal etwas versetzen Okay, warum passt das hier nicht rein? Wie hat das exakt im Mund nur reingepasst? Oh, verbringen wir Wasser mit Micky und seinen Freunden Haben wir auch abgeschlossen Nice Wollte eigentlich gar nicht raus Oh, was haben wir noch neu bekommen? Sprich mit einem langwärtigen Dorfbewohner Okay Herr Merlin Ich muss aber gerade mal eben Ich muss jetzt hier richtig stellen Nein, jetzt nehme ich noch nicht mal mit Was ist mit dir? Ähm Weil das gefällt mir so nicht Wenn ich das jetzt doch mal um eins noch versetze Dann wird das wiederum passen Ja Das sieht so viel besser aus Ist halt einfach dem Raster so ein bisschen geschuldet Okay So, dann als allererstes Äh, wichtig Wir müssen mal ganz kurz rüber und Äh, Herrn Gaston holen Und dann können wir Daisys Haus bauen Winke, winke Bis zum nächsten Mal.